An Schlaf war nicht zu denken. Es war still zwischen den Wagen. In allen Fenstern brannte Licht, aber niemand war zu sehen. Alle saßen drinnen und fürchteten sich. Selbst die Stimmen, die aus den Wagen zu hören waren, klangen gedämpft und verhuscht. Nelly stand im Türrahmen und Trude schaute über ihre Schulter. Sie warf einen unglücklichen Seitenblick auf ihre Freundin. Du nimmst das alles hier nicht ernst. Doch, toternst. Toternst, das kannst du mir glauben. Nelly starrte entschlossen vor sich hin. Aber du glaubst nicht, dass uns die Nirgendwohner entführt haben? wisperte Trude. Trudilein, an die Nirgendwohner glaubst ja nicht mal du, schnaubte Nelly. Trude schaute tief in ihr Herz. Nelly hatte recht. Aber was sollte sie sonst glauben? Alles andere war ja völlig unmöglich. Es könnte doch sein, wandte sie halbherzig ein. Nirgendwohner, so ein Quatsch. Ich wette, diese Nirgendwohner haben sich diese Angsthasen selber ausgedacht. Nelly verzog das Gesicht. Nee, dahinter steckt etwas ganz anderes. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was. Trude zuckte traurig die Achseln. Bevor wir uns den Kopf zerbrechen, müssen wir die wichtigste Frage klären, überlegte Nelly laut vor sich hin. Wo sind wir? Trude dachte darüber lange nach. Je mehr sie nachdachte, desto klarer wurde ihr die einzig vernünftige Antwort. Hier, sagte sie. Nelly starrte sie an. Manchmal weiß ich nicht, ob du eine dumme Nuss bist oder einfach zu schlau für mich. Aber na gut, das ist das Einzige, was wir sicher wissen. Also ist das der Dreh- und Angelpunkt für alles andere. Trude kratzte sich am Knie. Wo sind eigentlich deine Cousinen? Ich habe sie noch gar nicht gesehen, seit wir vom Nirgendwo verschluckt wurden. Hat man die nicht für die Vorstellung geweckt? Du hast ja recht, rief Nelly. Die sind ganz vergessen worden. Die schlafen bestimmt noch. Wenn sie ratzen, dann ratzen sie. Und nichts kriegt sie so schnell wach. Nelly schwieg einen Moment lang und kaute mit ihren Nagezähnen auf ihrer Lippe herum. Du denkst dir wieder irgendwas aus? Trude runzelte die Stirn. Bestimmt ist es was, was ich nicht gut finde. Richtig, sprach Nelly. Und ich will dich auch gar nicht zum Mitmachen überreden. Ich gehe jetzt meine Cousinen wecken. Und damit stapfte sie entschlossen die Stufen hinunter. Trude sah sie zu dem kleinen Wagen der drei hinüberschleichen. Nelly klopfte, aber es kam keine Antwort. Also riss Nelly die Tür auf und verschwand im Wagen. Trude hörte Quieken, Fauchen und Rumpeln und dann ging die Tür wieder auf und Nelly kam hervor. Ihre Strickjacke war ein bisschen zerrissen und am Arm schleppte sie eins der Zwergschläfermädchen hinter sich her. Die anderen beiden folgten zeternd und schlaftrunken. Psst! herrschte Nelly sie an und schubste sie alle an Trude vorbei in den Wagen. Was soll'n' das? Quäkte Mariechen und fiel auf die Küchenbank. Das kriegst du zurück! krähte Lotte. Uns wecken? So eine Frechheit! legte Clary nach. Ruhe jetzt! Die Lage ist ernst! zischte Nelly und da waren sie alle still. Passt auf! Um den Zeppelin ist alles schwarz und wir wissen nicht, wo wir sind. Die anderen glauben, die Welt ist weg, diese Holzköpfe. Lotte brustete los. Die Welt ist weg! Draußen ist alles schwarz. So schwarz, dass selbst ich den Himmel nicht von der Erde unterscheiden kann, erklärte Nelly. Man müsste mal rausgehen oder rausfliegen und sich umgucken. Aber das trauen sich die Feiglinge nicht, weil sie denken, dass das nirgendwo sie sonst auffrisst, wie den Rest der Welt. Ist das ein Quatsch! sagte Mariechen verächtlich. Eben. Und deswegen gehen wir jetzt raus, bestimmte Nelly und warf einen verschwörerischen Blick in die Runde. Wir können nicht fliegen, aber wir können klettern. Und wir können besser im Dunkeln sehen als jeder andere im Zirkus. Ich wusste, dass mir die Idee nicht gefällt. sagte Trude verdrossen. Das ist viel zu gefährlich. Pah! Wart's nur ab! Clary reckte kampfbereit eine Pfote. Nein, wirklich, rief Trude. Das lasse ich nicht zu. Und du, Trude, du wirst Schmiere stehen, erklärte Nelly fröhlich. Dafür drückst du dich draußen in eine Ecke und wenn jemand kommt, der uns erwischen könnte, fällst du in Ohnmacht und längst ihn ab oder sowas. Niemand darf mitkriegen, dass wir rausgehen. Weder Wäumig noch sonst irgendjemand. Klar? Ja, Nelly, seufzte Trude, denn was blieb ihr auch anderes übrig? Vier gegen eine. Unbemerkt schlichen sie durch die Gondel. Das Herz schlug Trude bis zum Hals, als sie die Tür aus Glas und Schmiedeisen leise aufdrückte und hinaus auf den Balkon auf der rechten Gondelseite trat. Geräuschlos folgten ihr Nelly und die drei Cousinen. Nelly winkte Trude hinüber in eine Ecke. Da sehen sie dich nicht so leicht. Sei wachsam. Und damit tauchte sie kopfüber hinunter in die Dunkelheit. Mariechen, Clary und Lotte folgten ihr. Ein puschleger Schwanz nach dem anderen verschwand über das Geländer. Trude drückte sich in ihre Ecke und schaute nervös hinaus in die wattige Schwärze. Man konnte wirklich nichts sehen. Gar nichts. Ihr kam ein unangenehmer Gedanke. Nelly hatte ihre Cousinen dabei, um ihr Rückendeckung zu geben. Aber wenn nun jemand Trude aufs Korn nahm, dann war hier niemand, der ihr zur Hilfe kam. Wer wusste, was da draußen lauerte? Und wenn es auch keine Nirgendwohner waren, die ihnen etwas Böses wollten? Vielleicht gab es irgendjemand ganz anderen, der nur darauf wartete, ein einsames Mädchen wie Trude zu überfallen. Oder vielleicht hatte schon irgendein wüstes Ungeheuer sie im Blick und wartete nur darauf, sie anzuspringen und zu fressen. Trude zog ihren Kragen höher und schaute nervös durch die Scheibe nach drinnen und dann wieder hinaus in die Dunkelheit. So ein Glück, dachte sie. Nelly sagt ja immer, ich habe keine Fantasie. Hätte ich Fantasie, wäre es noch schlimmer. Ja, du hast du über Thiessen, aber nicht so lange? Aber natürlich ist es funktioniert. thea und ich habe das Vielen Dank.